hey leute was geht ab ich bin mal wieder auf den ikea ananas annie kanal wieder da wir machen heute kurz ein fortnight retag es ist ziemlich spät und morgen fällt schule aus diesen orkan stumm und so und auf jeden fall wir machen jetzt ein high ground retag und mehr so kids also wartet schnell und sorry dass ich das auf dem handy aufnehmen so und es leckt bei mir weil ich noch keine arbeitsspeicher drin deswegen es hat sich sozusagen sehr viel geändert als erstes zeige ich euch wie ich ein paar bots kille naja ich bin halt ziemlich schlecht weil ich seit zwei seasons nicht mehr gespielt habe seit zwei und auf jeden fall es werden jetzt mehrere fortnight videos kommen das ist wahrscheinlich das juckt niemanden bloß 34 leute oder so und dann würde ich an dann würde ich jetzt anfangen also ich kann euch das mal so es ist erst mal für mich jetzt schon wieder normal früher war das zu schwierig für mich ich bin auch nicht aufgewärmt weil ich sei weil ich erst heute früh erst wieder gespielt habe ihr seht ich bin übel schlecht gerade aber okay wie ihr seht ich habe schon ganz schön viel schaden abgezogen bekommen und ich glaube ich kann auch jetzt schon ein double 11 ich glaube es hat sich einiges geändert weil auf diesen kanal da war ich sogar schon mal ich glaube ich verlinke euch sogar mal das video wenn es überhaupt auf dem handy kann weil habe ich vergessen und sorry dass vielleicht meine tastatur so laut ist falls es jemanden stört dann macht das video einfach aus abonniert auf meinen zweiten kanal bitte alle das wäre echt mit weil ich weil ich erst darauf sehr lange kein neues video mit mein friends okay und dann mache ich noch so high ground ihr seht meine edits sind nicht mal am start und ja weil das bestimmt keine 33 minuten brauchen dieses okay das wollte ich nicht kann sein dass das spiel abstützt und so deswegen das kann sich dann auch okay ich hab so low digga vielleicht mache ich auch ein video mit meinen settings wenn ihr das wollt dann schreibt in die kommentare settings video dann mache ich ja ein video zu meinen settings weil ich weiß jetzt nicht ob ihr das vielleicht dann krass findet wie ich baue ich habe sehr komische settings schaut nur mal auf editieren das finden schon alle cringe auf ich bin auch so schlau ok ok leute ich habe muss sehr viele ich mache jetzt auch dann gleich ein cut weil ich das werde ich jetzt nicht alles durch machen oder ich mache es jetzt auch schneller und macht den hier oh oh fuck 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 ok dann machen wir es jetzt mal oh fuck digga ok an alle Leute da draußen an alle meine abonnenten ich ihr werdet wahrscheinlich die die nur die glocke aktiviert haben wir werden dann auch wissen dass ich ja neues video hochgeladen habe auf ikea das ist ja ja dann würde ich gleich schon mal sagen ich mache jetzt noch denn ich schieße jetzt noch die letzten drei daumen kommen sogar schon zum high ground tech also ich mache kein guter ich bin so schlecht geworden in der zeit wenn du mit mir spielen wollte er nicht einfach ich habe komplett gefällt er will den machen ok ok jetzt kommen wir zum high ground retail ok leute es geht anscheinend schon wieder weiter okay ich hätte nicht gedacht dass das war ich habe nur so bei drei das letzte und dann gehen wir mal rein gleich ich war ja ich habe drei tik tok accounts weil ich immer mein passwort vergessen und also ich sage lieber nicht mehr okay und wir gehen in die map des jahres in spiel ist sowieso nicht mehr spiel digga was mit origin passiert es ist eine minecraft map wer hätte es gedacht ok und ich habe sofort denn wie ihr seht ich habe übelst alles verlieren das leckt schon wieder bei mir so hart das ist so traurig warte Leute ich will mal was ausprobieren ich habe das nämlich von sway so gesehen da hat er halt den double edit gemacht dann halt dings bums dings dann hat er so so nein 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 doch er hat so aber nicht hier er hat dann hier so er hat sich dann umgedreht und ich kann das nicht oh doch ich versuch jetzt mal ich versuch jetzt mal okay ok leute ich ihr seht ich bin übel schlecht aber das tut so weh ich kann schon mal sagen dass das video gleich beendet ist auf jeden fall das letzte video auf meinen anderen kanal gesehen habt ich weiß das intro ist scheiße aber ich finde es geil haha noch mal ne frage wer jetzt ein intro will der schreibt es in die kommentare seinen namen und ich erstelle für euch ein intro wenn ihr ein tutorial sehen wollt wie ich ein intro erstelle dann schreibt intro tutorial erstellen oder so ein scheiß dass ich ein intro erstellen soll oder halt wie man ein intro erstellt alter na 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 und ich mach diesmal sogar ohne intro dieses video ich hab keinen bock das jetzt alles zu rendern und irgendwelche sachen einzutun weil es ist abends und ich hab keinen bock ich will das heute noch hochladen weil es ist ein und es ist schon halb 10 und ich zock nur ich zock jetzt nur für euch ich hab eigentlich gar keine lust zu zocken aber ich wollte einfach euch nochmal erfreuen dass ich wieder ein video bla 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 oh ok ja ok das hätte ich sowieso nicht schaffen ok es geht schon 10 minuten digga chill ok das video geht jetzt nicht mehr sehr lange und ich würde sogar schon sagen tschüss bis zum nächsten mal wuuu